Hallo Leute, ja, wie seht, diesmal wieder aus einer anderen Perspektive, da ich nämlich gerade keine Lust habe, da Stative aufzubauen. Ja, was heißt es bloß, dass ich schützendfest und schon nicht da bin, da ich nämlich jetzt im Ness viel unterwegs sein werde, da ich jetzt auch, wie heißt es, auch, ja, andere Sachen zu tun habe, aber ich werde euch jetzt in den Lauf des der Woche werde ich euch noch, wie heißt das, auf Facebook wird es dann eine Facebook-Seite geben für Veränderer die Welt und da könnt ihr auch dann sagen, was ihr für Ideen habt und so und ja, nicht wundern, was ich hier gerade mache, ich bin, hab, äh, bin gerade mit dem Handy am Gang und sitze am PC und gucke gerade ein paar Videos, um Ideen zu sammeln, wieder mal, äh, und ja, und ja, und ja, ähm, ihr habt auch jederzeit, ähm, könnt ihr mir auch bei YouTube direkt schreiben, auch dann später auf der Seite und ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich genau noch dazu sagen sollte und ja, passt auf euch auf, wir sehen uns, äh, Sonntag zum normalen Video wieder, bis dann, ciao!